Jesus ist der Weg, ein Hörbuch von Wilfried Plock, gelesen von Rüdiger Klaue. Vom Christentum enttäuscht, von Christus überrascht. In Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 6 heißt es, Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt doch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten? Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 1 bis 6 Vor einiger Zeit traf ich einen Mann. Er sagte zu mir, sieben Jahre bin ich jetzt schwer krank, aber unsere Pfarrerin hat mich noch kein einziges Mal besucht. Seine Enttäuschung war mit Händen zu greifen. Vor einigen Jahren nahm ich an einer Einladeaktion in der Nähe von Baden-Baden teil. Da saß ein Mann am Samstag nachmittag vor seinem Haus. Wir kamen ins Gespräch. Als ich mit ihm über Christus reden wollte, kam der berühmte Satz über seine Lippen. Gott, ja, aber sein Bodenpersonal. Damit meinte er wohl die Pfarrer, Prediger, Pastoren oder sonstige Christen, die ihm irgendwann mal auf die Füße getreten waren. Wieder einer, der vom Christentum enttäuscht war. Einige Zeit später erhielten meine Frau und ich einen traurigen Brief. Da schrieb eine alte Bekannte, zu viele sogenannte Christen haben mich verletzt. Gottes Bodenpersonal hat sich zum Teil schäbiger benommen als so manche Nicht-Christen. Die Ausrede, Christen sind auch nur Menschen, kann ich so nicht länger hinnehmen. Das Bibellesen habe ich auch aufgegeben. Diese Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Wenn man einmal die heutige Christenheit etwas genauer betrachtet, dann könnte einem schon die Schamröte ins Gesicht steigen. Es gibt auch unter Christen scheinbar nichts, was es nicht gibt. Da ist irgend so ein frommer Typ und plötzlich stellt sich heraus, dass er etwas mit seiner Sekretärin hatte. Der Leiter eines Missionswerks sitzt auf einmal hinter schwedischen Gardinen, weil er mit dem anvertrauten Geld nicht korrekt umgegangen ist. Oder da ist irgend so ein frommes Haus. Sonntags sitzen alle in der Kirche oder in der Gemeinde. Aber die ganze Woche über wird von morgens bis abends an einem Stück gestritten, dass es die Nachbarn durch alle Wände hören. Da sagen sich viele Zeitgenossen, die Christen, aber auch das ganze Christentum, haben mich zu schwer enttäuscht. Wenn ich dann noch an die Kreuzzüge denke, an die Inquisition und an die modernen Glaubenskriege der Gegenwart, wenn sich Menschen im Namen Gottes gegenseitig die Schädel einschlagen, dann habe ich die Nase gestrichen voll vom Glauben. Christentum? Nein, danke. Davon bin ich enttäuscht. Was entgegnen wir nun? Müssen wir angesichts solchen Versagens des Christentums nicht kleinlaut verstummen? Haben wir überhaupt noch das Recht, öffentlich zum Glauben einzuladen? Schauen Sie, an dieser Stelle muss ich Sie auf etwas Ungeheuer Wichtiges hinweisen. Nirgendwo steht geschrieben, dass wir an Menschen glauben sollen. Weder am Pfarrer noch an Priester, weder an Missionare noch an Evangelisten, weder an Diakone noch ansonsten irgendeinen Christen. Weder an Gruppen noch an christliche Institutionen, noch an Kirchen noch an Freikirchen. Wer an Menschen glaubt und sich an Menschen hängt, der muss scheitern. In Jeremia 17, Vers 5 steht, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt. Aber in meiner Bibel steht auch geschrieben, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Apostelgeschichte 16, 31 Menschen müssen enttäuschen. Auch die Besten, auch die Edelsten müssen irgendwann enttäuschen. Wie viele haben mich bereits enttäuscht. Christen, auf die ich viel gesetzt hatte. Aber wie viele habe ich schon enttäuscht. Leute, die vielleicht von mir Hilfe erwarteten. Und ich habe sie ihnen verwehrt. Darum noch einmal, Menschen müssen letztlich enttäuschen. Allein Jesus Christus enttäuscht nie. Er hält, was er verspricht. Er hat sich mit ewiger Treue an sein Wort gebunden. Wenn wir der Heiligen Schrift Vertrauen schenken, haben wir im Leben und im Sterben Felsengrund unter den Füßen. Ich habe eben die modernen Glaubenskriege angesprochen. In den Nachrichten hören wir von christlichen Milizen im Nahen Osten oder von protestantischen Kampftruppen, die in Nordirland durch ein katholisches Wohngebiet marschiert sind. Da muss ich ein zweites sagen. Nicht alle, die sich Christen nennen, sind wirklich Christen. Diesen Tatbestand müssen wir einfach ganz nüchtern feststellen. Nicht alles, was im Namen des Christentums geschieht, kann einfach den Christen in die Schuhe geschoben werden. Sehen Sie, ein guter Bekannter von mir heißt Schneider. Es würde mir allerdings nicht im Traum einfallen, meine Anzüge zu ihm zu bringen. Er heißt Schneider, ist jedoch kein Schneider, sondern Chemielaborant. Ähnlich verhält es sich mit dem Christentum. Vieles sieht christlich aus, ist es jedoch nicht. Nach dem Motto, was nicht süß ist, das ist süßlich. Was nicht schwarz ist, das ist schwärzlich. Was nicht Christ ist, das ist christlich. Christ ist eben nicht, wer zu irgendeiner Kirche oder Freikirche oder irgendeinem christlichen Verein gehört, bestimmte Sakramente empfangen hat und ansonsten ein anständiger Mensch ist. Sondern ein Christ ist, wer von Neuem geboren ist. Christ wird man nur durch Christus. Wo er nicht der Herr des Lebens ist, da sind die Leute eben keine Christen, sondern Namenschristen. Kirchenkarteileichen, wie Pater Leppich das scharfzüngig beschrieben hat. Diese Menschen haben lediglich eine Fassadenfrömmigkeit, mit der sie nicht in der Lage sind, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Doch wird kein Mensch ernstlich bestreiten, dass es auch viele wahre Christen gibt, oder? Nur wird die Gemeinde Jesu Christi außerhalb des Himmels gebaut. Darum ist noch Unkraut unter dem Weizen. Was macht nun ein Bauer, wenn er Weizen gesät hat und er findet Unkraut unter dem Weizen? Nimmt er seinen großen Pflug und ackert alles wieder unter? Mitnichten. Oder würden sie den ganzen Inhalt ihres Geldbeutels wegwerfen, nur weil sich eine falsche Münze darunter gemischt hat? Wenn einige sogenannte Christen Lügner und Heuchler sind, so ist doch Christus kein Betrüger. Er ist ohne falsch und lädt bis heute die Sünder zu sich ein. Außerdem muss keiner für den anderen gerade stehen. Das muss jeder für sich selbst, auch vor Gott. Alle Heuchler sind jedoch vom Himmel ausgeschlossen. Ein Mann sagte einmal zu seinem Seelsorger, er wolle Christus nicht als seinen Herrn annehmen, denn er sei von einem anderen, der sich Christ nannte, in finanzieller Hinsicht betrogen worden. Ist das wirklich der einzige Grund? fragte der Pastor. Ja. Ich schlage vor, wir machen das schriftlich, meinte der, zog sein Notizbuch heraus und schrieb, ich bin deshalb kein Christ, weil einer, der vorgab, Christ zu sein, mich in einer geschäftlichen Angelegenheit übers Ohr gehauen hat. Und dann riss er das Blatt heraus, gab es dem Mann und sagte, Wenn Sie vor den Richterstuhl Gottes treten und er Sie fragt, warum Sie seinen Sohn abgelehnt haben, können Sie ihm diesen Zettel geben. Und damit ließ er den Mann stehen. Er war kaum zu Hause, als es an seiner Tür klingelte. Draußen stand der Mann mit dem Zettel in der Hand. Ich bringe das Papier zurück, meinte er. Es wird wohl als Entschuldigung vor Gott nicht ausreichen. Es dauerte nicht lange, bis er sich von Herzen zu Gott bekehrt hatte und ein Gläubiger geworden war. Darf ich an dieser Stelle einmal ganz persönlich werden? Was haben Sie eigentlich für einen Zettel? Sind Sie von Christen oder solchen, die sich Christen nannten, enttäuscht worden? Vielleicht von Ihren Eltern? Vielleicht von Ihrem Ehepartner? Von Nachbarn? Von Arbeitskollegen? Von Ihrem Pfarrer? Von Ihrer Gemeinde? Von irgendwelchen Christen? Ich bitte Sie herzlich, bleiben Sie nicht bei dieser Enttäuschung stehen. Kommen Sie weiter zu Jesus Christus selbst und zur reinen Quelle seines Wortes. Menschen müssen enttäuschen. Der Sohn Gottes enttäuscht nie. Auf ihn kann man sich in jeder Hinsicht und in jeder Situation hundertprozentig verlassen. Wissen Sie, was mich hinsichtlich des Christentums immer wieder überzeugt? Es hat wohl noch nie einen Christen gegeben, der auf seinem Sterbebett bedauerte, dass er mit und für Christus gelebt hatte. So etwas habe ich noch nie gehört oder gelesen oder erlebt. Alle mussten bekennen, Christus hat mich nie enttäuscht. Aber auf der anderen Seite hat es Unzählige gegeben, die ihr Leben ohne Christus auf dem Sterbebett bitterlich bereut haben. Christen sind keine perfekten Leute. Es gibt auch keine perfekte Gemeinde auf dieser Erde. Wir möchten zwar niemandem Anstoß geben, aber die Schwachheit unserer menschlichen Natur macht uns manchmal einen Strich durch die Rechnung. Wir wollen uns aber nicht allzu schnell entschuldigen. Ein Christ, der wissentlich und willentlich nicht nach christlichen Grundsätzen lebt, kann dem Namen Gottes mehr Schaden zufügen als hundert Atheisten. Gott ist sein Name zu heilig, als dass er sich mit unserem Unrecht verbinden würde. Heilige können versagen. Einen Christen erkennt man also nicht daran, dass er keine Fehler macht, sondern daran, dass er zu seinen Fehlern stehen kann. Darauf kommt es an. Wenn Christen allerdings nicht zu ihren Fehlern stehen können, dann werden andere Menschen unweigerlich Enttäuschungen erleben. Vom Christentum enttäuscht? Ich bin froh, dass unser Thema noch einen zweiten Teil hat. Von Christus überrascht. Im Johannesevangelium wird von Thomas berichtet. Thomas war drei Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen. Er hatte alle seine Reden gehört. Er hatte alle seine Zeichen und Wunder gesehen. Doch Thomas war ein Skeptiker. Er hätte nie einen Versicherungsvertrag unterschrieben, ohne vorher das Kleingedruckte gelesen zu haben. Und als Christus davon sprach, dass er die Jünger verlassen und zum Vater gehen werde, da war es Thomas, der einhackte. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Mit diesem skeptischen Einwand gab er Christus die Gelegenheit zu einer der schönsten und wichtigsten Aussagen der ganzen Bibel. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6 Aber am nächsten Tag hing dieser Jesus tot am Kreuz, von den Römern hin gerichtet. Da fragte sich Thomas, wie kann ein Toter der Weg zu Gott sein? Das passte bei ihm nicht zusammen. Thomas zog sich enttäuscht vom Christentum zurück. Dann wurde Christus tot ins Grab gelegt. Alles schien vorbei zu sein. Doch am dritten Tag erweckte Gott seinen Sohn von den Toten. Am Abend des Auferstehungstages erschien Christus seinen zehn Jüngern, die sich verbarrikadiert hatten. Judas war nicht mehr am Leben. Thomas hatte sich zurückgezogen. Wie gut, dass er nicht vergessen wurde. Die anderen Jünger rannten zu ihm hin und bezeugten, wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas reagierte äußerst skeptisch. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Basta. Acht Tage später trat der Auferstandene noch einmal in die Mitte seiner Jünger. Christus wandte sich direkt an Thomas. Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, Vers 29 Thomas war der erste Mensch, der Jesus Christus Gott nannte, nicht nur Gottes Sohn. Seine Erkenntnis wurde zum Bekenntnis. Mit anderen Worten, Thomas wurde buchstäblich von Christus überrascht. Haben Sie sich schon einmal intensiv mit der Person und dem Leben Christi beschäftigt? Jeder, der das tut, wird erkennen, Jesus Christus ist eine wunderbare Persönlichkeit. Der Kirchengeschichtler Scott Latourette schrieb, Misst man dieses kurze Leben an den Früchten, die es in der Geschichte gebracht hat, dann war es das Leben, das auf diesem Planeten den größten Einfluss ausgeübt hat. Durch ihn wurden Millionen einzelne Menschen verändert und begannen ein Leben zu führen, das er exemplarisch vorgelebt hatte. Aufgrund der eingetretenen Veränderungen wurden die Geburt, das Leben, der Tod und die Auferstehung Jesu zu den wichtigsten Ereignissen der Menschheitsgeschichte. Gemessen an seinem Einfluss ist Jesus Christus der Mittelpunkt der menschlichen Geschichte. So weit das Zitat. Keine Persönlichkeit hat so viele Maler zum Pinsel, so viele Komponisten zu den Notenblättern, so viele Dichter zur Feder greifen lassen. Jedes Datum, das geschrieben oder gedruckt wird, ist ein Hinweis auf ihn. Er war die größte Persönlichkeit, die je auf dieser Erde gelebt hat. Das erkannten manchmal sogar Menschen, die ihr Leben lang Atheisten gewesen waren oder zumindest ohne Christus gelebt hatten. Zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau, ein Philosoph des 18. Jahrhunderts. Er forderte Zurückkehr zur Natur auf und lehrte im Gegensatz zur Bibel die angeborene Reinheit des Herzens. Aber in seinem Buch Emiel schreibt er folgendes. Ich muss euch bekennen, dass die Heiligkeit des Evangeliums ein Argument ist, das sehr zu meinem Herzen spricht. Es täte mir leid, wenn ich darauf gute Gegenargumente fände. Betrachtet die philosophischen Bücher in ihrem Pomp. Wie klein sind sie neben dem Evangelium? Ist es möglich, dass Jesus nur ein gewöhnlicher Mensch war? Hat er den Ton eines Enthusiasten oder eines ehrgeizigen Sektierers an sich? Welch eine Reinheit! Welch eine Gefälligkeit in seinen Sitten! Welche Anmut in seinen Lehren! Welch eine Erhabenheit in seinen Aussprüchen! Welch eine tiefe Weisheit in seinen Reden! Welch eine Geistesgegenwart, Feinheit und Aufrichtigkeit in seinen Antworten! Welch eine Gewalt in seinen Leiden! Wo ist der Mensch, wo ist der Weise, der ohne Schwachheit, ohne Prallerei, wirken, leiden und sterben kann? Mein Freund, so etwas kann man nicht erfinden! So weit das Zitat. Wissen Sie, ich blicke so gerne auf Christus, dann werde ich immer wieder überrascht. Wenn ich sehe, wie er den Sturm auf dem See Genezareth gestillt hat. Wenn ich lese, wie er zu der Ehebrecherin sagte, Frau hat dich niemand verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Johannes 8, Vers 11 Wenn ich sehe, wie er mit Zöllnern und Sündern speiste und wie geduldig er mit seinen Jüngern umging. Jesus Christus enttäuschte niemanden, obwohl er selbst von vielen bitter enttäuscht wurde, von den eigenen Verwandten verkannt, von den eigenen Jüngern verraten und verlassen, vom eigenen Volk zum Tode verurteilt und hingerichtet. Aber er ist auferstanden und erlebt. Mehr als 500 haben ihn als den Auferstandenen gesehen. Millionen haben ihn seither erlebt, wie er in ihr Leben kam und wie er ihr Leben positiv verändert hat. Gott ist nur ein Gebet weit von ihnen entfernt. Aber es darf nicht das Gebet eines Unentschlossenen sein. Ich fand einmal ein solches Gebet. Ich weiß meine Not und ende sie nicht. Ich weiß meine Schuld und wende sie nicht. Ich weiß meine Kette und breche sie nicht. Ich weiß das Wort und spreche es nicht. Ich weiß den Weg und gehe ihn nicht. Ich weiß das Licht und sehe es nicht. Dieses Gebet sprach von Not und Schuld. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie oft Sie Gott enttäuscht haben? Haben Sie Gott immer von ganzem Herzen geliebt und geehrt? Haben Sie ihm nicht schon einmal versprochen, dass er an der ersten Stelle ihres Lebens sein sollte? Haben Sie immer den Nächsten geliebt wie sich selbst? Vielleicht erkennen Sie selbst, Sie sind vor dem Heiligen Gott ein verlorener Sünder. Man kann allerdings anders beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Obwohl ich nun schon so viele Jahre ohne dich gelebt habe, willst du mit mir heute neu anfangen. Danke, dass du alle meine Schuld und auch die Strafe Gottes für jede Sünde am Kreuz auf Golgatha getragen hast. Ich bin das nicht wert. Ich weiß, dass ich eigentlich den zeitlichen und ewigen Tod verdient habe. Aber nun will ich dir meine ganze Last bekennen. Ich bereue meine Sünden und mein Eigenleben aus tiefstem Herzen. Reinige du mich bitte durch die Kraft deines vergossenen Blutes. Du wirst mir helfen, dass ich meine Schuld, wo nötig, auch vom Menschen in Ordnung bringe. Ich möchte jetzt für dieses und für das zukünftige Leben dein Eigentum sein. Entspricht dieses Gebet Ihrem Verlangen, dann vertrauen Sie doch Christus Ihr Leben an, mit allen Enttäuschungen, aber auch mit aller Schuld und Sünde. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wollen Sie diesen Weg gehen? Dann müssen Sie ihn betreten. Von Natur aus ist niemand auf diesem Weg. Kehren Sie um vom falschen Weg und wenden Sie sich auf den richtigen Weg. Er ist die Wahrheit. Wollen Sie seinem Wort glauben? Dann vertrauen Sie sich Christus an und gehorchen Sie seinem Wort. Er ist das Leben. Wollen Sie dieses Leben empfangen? Dann nehmen Sie ihn im Gebet in Ihr Leben auf. Laden Sie ihn ein, in Ihr Herz zu kommen. Er wird einkehren. Ganz gewiss.